Eine sehr einfach zu bindende, zügig sinkende Zuckmücken-Nachbildung ist die Brassie. Bindefaden, Kupferdraht und eine Pfauenfeder genügen als Material. Sie fängt besonders gut in langsamer strömenden Gewässern, wo Zuckmücken oft im Schlamm vorkommen. Nach der Grundwicklung legt der Faden einen Abschnitt Kupferdraht fest, der den Körper bildet. Er wird bis einige Millimeter vor das Öhr geführt und dort festgelegt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Eine Pfauenfieber nimmt direkt daran ihren Platz ein. Von Hand oder mit der Hächelklemme bis dicht vor das Öhrwinden abbinden und abschneiden. Der Whip-Finish und ein Tropfen Lack beenden die schnell erledigte Arbeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017